Herzlich willkommen zur Technokratie, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wird es ein wenig technisch und zwar geht es um die Batterieheizung bzw. Vorkonditionierung der ID-Modelle. Und zwar hat VW dazu ein Video veröffentlicht, das mich ganz schön stutzig macht. Ich zeige euch mal das Video. Das war jetzt mit der ID-Modelle. Wir haben das mit der nächsten Generation und es betrifft auf die Hardware auch. Es ist nicht nur eine Software-Future. So meine Expectation ist, es wird in Zukunft sein, es wird eine Software-Update und eine Pre-Conditionierung von Batterien. Aber es ist nicht total unmöglich, technisch. Es ist einfach nicht geplant, gerade jetzt. Es ist internamente Request worden und wir haben das. Also mit anderen Worten gesagt, Batterie vorheizen geht nicht. Sie schauen es sich vielleicht an. Hauptproblem ist, dass die Hardware gar nicht dafür existiert. Und wenn man die Batterie vorheizen will fürs Schnellladen, dann soll man doch einfach die letzten paar Kilometer schnell fahren. Ja, die meinen das wirklich ernst mit dem Schnellfahren. Das ist vor allem super für die ganzen Leute, die im hohen Norden wohnen oder wo es minus 20 Grad und mehr oder weniger hat und die auf der Autobahn 100 kmh maximal fahren dürfen. Das ist natürlich ein super Ratschlag. Was ich gefunden habe, ist eben, dass das gar nicht stimmt. Die Hardware ist sowohl vorhanden und genau darauf will ich jetzt eingehen. Tja, es zeigt sich nämlich, dass es ein Hardware-Diagramm im Internet gibt. Und zwar haben die ID-Modelle, hier jetzt der ID.4, einen PTC-Heizer, der den Akku aufwärmen soll, also die Kühlflüssigkeit des Akkus aufwärmen soll. Und zwar hat er eine maximale Leistung von 5,5 kW. Das ist gar nicht so wenig. Er kommuniziert auch über den Lin-Bus. Das kann man sich so vorstellen wie eine Art Netzwerk im Auto. Und auf jeden Fall ist da was vorhanden. Das ist schon mal sehr interessant. Dann wird sogar gezeigt, wie das im Netzwerk des Autos kommuniziert. Und zwar gibt es da einen Can-EV-Bus. Dann gibt es hier irgendeine Art Control Unit, Battery Control Unit. Genau, Battery Regulation Control Module heißt es sogar. Und der greift dann wieder da unten, das Bläu dürfte dieser Lin-Bus sein, auf die Heizung Z132. Da sehen wir das auch. Ist alles echt. Z132. Sprich, irgendwas kommuniziert da, sagt, hey bitte Heizung aktivieren. Und das geht. Und zwar gibt es sogar ein Diagramm dazu, wie die Kühlflüssigkeit im Auto arbeitet. Und das da unten ist ja interessant. Es wurde ja immer gesagt, die Hardware fehlt zur Kühlung, beziehungsweise zur Heizung. Laut Diagramm ist das aber vorhanden. Denn hier ist der Akku sichtbar. Und jetzt noch was Merkwürdiges, was ich gefunden habe. Da steht sogar, Battery is heated in diesem Szenario. Irgendwas stimmt da nicht. Sind diese 5,5 kW der PTC-Heizung wirklich genug? Ist das vielleicht das Hardware-Problem bei Bestandsfahrzeugen? Also wieso die nicht die Batterie vorheizen können? Na, schauen wir uns das mal an. Vielleicht zum besseren Verständnis, 5,5 kW, das sind umgerechnet 7,5 PS. Also so ein bisschen weniger wie ein 125-Kubik-Benzin-Roller. Also da steckt schon Leistung dahinter. Nur kurz zur Physik. Um 1 Liter Wasser um 1 Grad zu erhitzen, benötigt man 1,16 Wattstunden an Energie. Es ist auch so, dass wenn man 1 Liter Wasser um 1 Grad erhitzen will, dann sind das 1 Kilokalorie. Also es ist wirklich schön, das metrische System bzw. das SI-System. Ja, das ist einfach relativ simpel. Jetzt nehmen wir mal an, da fließen 10 Liter Kühlflüssigkeit, oder Heizflüssigkeit, wie man es nennen will, durch die Batterie. Und man will sie von 5 auf 50 Grad erhitzen, damit die so auf schön Betriebstemperatur kommt. Dann braucht man ca. 520 Wattstunden oder 0,52 Kilowattstunden an Energie. Allerdings gilt das natürlich bei 100% Wirkungsgrad. Den erreichen wir natürlich nie mit so einer Heizung. Jetzt habe ich mal hohe Verluste angenommen. Also binnen 20 Minuten werden wir definitiv auf Betriebstemperatur. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt ja nur die Kühlflüssigkeit erhitzt, aber die Akkus bestehen nicht aus Wasser. Das ist natürlich richtig. Aluminium und Lithium und alle Metalle, die da drinnen sind, und auch durch den Kühlkörper, also das Akku-Gehäuse an sich, sind ja aus Metall. Aus Metallen. Und die haben verschiedenste Wärmekapazitäten, verschiedenste Wirkungsgrade, verschiedenste einfach Parameter, wenn man so will. Und das kann man natürlich so eins zu eins nicht übernehmen. Es gibt aber eine echt gute wissenschaftliche Abhandlung zu dem Thema, wie schnell sich ein Akku erhitzen lässt. Das ist jetzt das nächste Thema. Ja, und hier haben wir auch schon das Dokument, und zwar aus dem Jahr 2021, zum Thema technische Fragen zum Temperieren von Lithium-Ionen-Batterien. Also genau das, womit wir uns bei dem Video beschäftigen. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben einen Tesla genommen mit 93 Kilowattstunden Akku und gesehen, wie da die Batterie heizt. Und zwar heizt damit maximal 6 kW. Und wir haben dann festgestellt, die Temperatur steigt in etwa um 0,5 Grad Celsius pro Minute. Sprich, um unser Beispiel zu nehmen, in 20 Minuten hätten wir eine um 10 Grad höhere Temperatur des Akkus. Nun, jetzt kann man sich denken, was sind denn 10 Grad? Das dauert schon lange nach 20 Minuten und da braucht man auch wieder Leistung von der Batterie. Jetzt stellt sich aber nämlich heraus, bei kleineren Batterien ist entsprechend eine geringere Heizleistung notwendig oder nötig in dem Fall. Nun, der ID.4 in der höchsten Ausstattung hat einen 77 Kilowattstunden Akku. Der ID.3 gibt sogar einen 58 Kilowattstunden Akku und sogar, zumindest gab es das einmal mit 45 Kilowattstunden. Also alles kleinere Akkus. Sprich, weniger Gewicht, weniger Bauraum und ja, da gibt es halt mehrere positive Effekte dafür. Nachdem die auch aussagen, dass man mit 6 kW, dass die ausreichen, um das zu heizen und der ID.4 oder die ID-Serie kommt mit einem 5,5 Kilowatt PTC-Heizer daher, dann sollte das möglich sein. Also auch hier, diese wissenschaftliche Abhandlung spricht jetzt nichts gegen diesen 5,5 kW Heizer an im ID. Natürlich sollten wir uns auch ansehen, was die Konkurrenz so macht. Also zum Beispiel Hyundai. Haben die irgendeinen magischen PTC-Heizer drin mit 100 kW oder mehr? Schauen wir uns das einfach an. Es dürfte niemanden überraschen, auch der Hyundai IONIQ 5 benötigt keine Unmengen an Energie oder hat so ein magisches Atomkraftwerk drinnen zum Heizen. Nein, er benötigt 4,4 kW. Das ist ein User-Bild. Hyundai hat nämlich diese Funktion nachgeliefert via Software. Es gab keine Hardware-Änderung und auch da funktioniert es. Ich habe so ein paar Diagramme gefunden zum IONIQ 5. Ja, also der hat auch nichts Besonderes. Als zweites Beispiel habe ich dann auch noch gefunden den Ford Mustang Mach-E, der einen 6 kW PTC-Heizer hat. Der arbeitet aber auch mit so der Abwärme des Inverters oder so. Ah, hilft auch. Aber es ist so, ja, niemand hat so eine Spezial-Hardware drinnen, also wie es vielleicht VW vermuten lässt. Ja, also es sollte durchaus möglich sein, die Vorkonditionierung des Akkus für Bestandsfahrzeuge mittels Software nachzurüsten. Das sollte möglich sein. Jetzt stellt man sich aber die Frage, warum liefert das VW denn nicht einfach aus? Was ist da los? Das ist doch das Feature, das alle Bestandskunden wollen, ja. Gerade im Winter, da will man ja schnell mit dem Akku, also den Akku schnell heizen. Und das geht nur ab einer bestimmten Betriebstemperatur, am besten so, wenn der Akku 30 Grad hat. Ich meine, ja, 20 ist auch schon gut, ja. Was hindert VW jetzt wirklich dran? Also zum einen ist natürlich Automotive-Software speziell. Dafür muss man Verständnis haben. Es ist so, es muss durch verschiedenste Sicherheitsrichtlinien gehen und da gibt es Maßnahmen. Also einfach so einen Knopf mal zu entwickeln, dass man die Akku-Heizung aktiviert, ja. Da muss man so verschiedenste Szenarien einfach durchspielen. Was ist, wenn man zu wenig Akku hat und man schaltet das trotzdem ein? Was ist, wenn man das ewig laufen lässt? Wird dann die Batterie zu heiß? Also das muss man natürlich beachten. Automotive-Software hat sehr, sehr viele Sicherheitsaspekte drin. Das ist natürlich auch gut so, wegen der Qualität. Also da kann, wenn das nicht gemacht wird, kann da einiges schief gehen. Das könnte man sagen, gut, müsste man halt was entwickeln, oder? Da müsste man sich hinsetzen und was machen. Das ist eher das geringere Hindernis, weil das ist ganz normal in der Automobilbranche. Was wahrscheinlich der realistischere Grund ist, ist ganz einfach, es interessiert einfach keinen. Es interessiert jetzt das obere Management oder wen auch immer dort, die Verantwortlichen, das hat man ja auch beim Video sehr gut bemerkt, es interessiert die einfach nicht. Die nehmen das nicht ernst. Die fahren wahrscheinlich alle Audi TDI. Die wissen nicht, was Vorkonstionierung ist, oder vielleicht wissen sie das ungefähr, aber die verstehen den Impact nicht, was diese Umsetzung, oder die fehlende Umsetzung hat. Das ist unglaublich einfach. Und zwar ist es dann auch so, es liegt ganz klar an der Firmenkultur. Und zwar, ja, so ein Weltkonzern, und bekannt macht ja auch gute Autos. Ich persönlich muss weiterhin sagen, ich bin mit einem ID.4 zufrieden. Ist ja auch ein gutes Auto so. Aber es liegt davon an der Firmenkultur. Es gibt halt die Verbrennerfraktion, ja, und die wollen nicht, und das interessiert die nicht. Und Software im Auto, was soll das? Nein, das Auto muss sich ja nur gut fahren lassen, und Software ist halt, ja, das notwendige Übel, oder? Und dann gibt es natürlich die ID, also habe ich schon etwas erwähnt, ID versus Verbrennerfraktion. Die ID-Leute, das sind die Jungen, das sind die, die sich was trauen, die haben Vision, und dann werden die halt gebremst von der Verbrennerfraktion. Nur das Problem ist, diese Verbrennerfraktion sitzt halt im Management. Auch wenn die hundertmal sagen, ja, wir sind für Elektromobilität und alles und bla bla bla, das sind die, die im Management sitzen und dann sagen, wie viel kostet das, die Batterieheizung? Was? Drei Euro pro Auto mal eine Million verkaufte Autos sind drei Millionen? Ihr seht schon, wo ich hin will. Das ist aber so, wie die denken und das ist traurig. Man sollte eben nicht in Stückzahlen denken, sondern in, was ist am besten für den Benutzer? Was ist am besten für den Autofahrer? Beziehungsweise für den Elektromobilisten? Und da sind die noch lange nicht dort. Das hört man ja im Video. Die nehmen es einfach nicht ernst. Es sind die falschen Leute im Management. Ist so. Und was kann man jetzt da für Maßnahmen setzen? Die einfachste Maßnahme ist, man in den Blumen und wie die alle heißen, mir egal, und Betriebsräte und keine Ahnung und setzt die mal, auch wenn ich kein, per se kein hundertprozentiger Tesla-Fan bin, man setzt die einfach in einen Tesla, Model S, Model 3 und sagt, so, werte Herr Blume, jetzt fahren wir von Wolfsburg nach Rom. Und zwar ohne Vorbereitung. Und dann wird denen ein Licht aufgehen und sagen, verdammt nochmal, wenn wir Batterievorheizung haben, eine tolle Software, Konnektivität, eine super Handy-App, dann braucht man ja keine Reichweitenangst haben, weil das funktioniert ja voll automatisch. Das ist bei denen noch nicht angekommen. Und was denen auch noch fehlt, ist, vielleicht sollten die mal zum Rewe oder Billa oder halt zum Lebensmittelhandel gehen, sich so einfach zwei Hühnereier nehmen, oder, in die Hand, um mal festzustellen, wie es sich anfühlt, Eier zu haben. Eier zu haben, sich was Neues zu trauen. Eier zu haben, mehr Leute, also die richtigen Leute zu involvieren. die Jungen, sich wirklich komplett alles involvieren, also selbst die dümmsten Ideen mal auszuprobieren, das gehört, das gehört gemacht. Mehr in Richtung Software Engineering vielleicht zu gehen, aber weiterhin die gute Qualität zu behalten, also auch alles, was so eben das Automobil selbst betrifft. Das Ziel muss es sein, wenn man den Portier fragt, warum ist er hier? Dann muss er antworten, ich bin hier, um die besten Elektrofahrzeuge herzustellen und ich helfe dabei. Wenn man diese Firmenkultur erreicht hat, dann hat man es geschafft. Dann diskutiert man auch nicht über Batterievorheizung und ha 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 und la 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 und alles ist erst für die neuen Modelle verfügbar. Nein, dann macht man das von Anfang an. Dann hört man auf mit den hunderten Variationen, die es gibt, mit den X-Akku-Modellen und so weiter. Man muss es so machen, es gibt nur mehr ein Modell, von mir aus, natürlich die Farbe kann man wählen und vielleicht noch ein bisschen die Innenausstattung, aber Schluss, mit dieser Variantenvielfalt, ein Auto, speziell ein Elektroauto, muss voll ausgestattet sein und durch die Vollausstattung gibt es auch Skaleneffekte. Und zwar dann bestellt man einmal bei allen etwas, zig Stück und das hat jeder drinnen. Das machen die Japaner seit Jahrzehnten so und darum sind die auch von der Qualität super. Sie sind vielleicht nicht so innovativ, das kann durchaus sein, aber dafür haben die eine gute Verbindung mit ihren Geschäftspartnern, das gehört ja auch zum Lean-Prinzip, nennt sich das, die leben ja auch Kaisen, aber ich will jetzt kein Coaching da machen, aber das fehlt denen einfach und das hat man beim Video absolut gemerkt. Das war es auch schon wieder zur vermeintlich unmöglichen Vorkonditionierung für den Akku bei den ID-Bestandsfahrzeugen. Ich wollte mit dem Video ein neues Format ausprobieren, ich bitte ebenso um euer Feedback, das könnt ihr gerne in den Kommentaren unten geben, über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Es wäre sicher auch interessant zu wissen, ob euer Elektrofahrzeug eine Vorkonditionierung hat, vielleicht mit ein paar technischen Details, ist sicher interessant. Wir sehen uns dann sicher beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.